hier die ohren die was drauf haben zack 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 so locker fireball 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 mach komm schneller komm 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 36 erfahrungspunkte nur ok da fehlt wieder die burke das spiel ist ein hammer ok ich bin jetzt hier der seite das wie auch immer ja ok alles klar jetzt kann man nur so blöd sehen ok ein schalter und die tür ist offen gibt es hier noch irgendwo so ein grünes leuchteding ne nur noch ein rotes oder eben rotes damit ich es grün machen kann ne dann muss ich mal wieder zurück müssen wir mal wieder zurück ich mache dir jetzt hier nicht alles nochmal später vielleicht so hier kann man ja nicht lang mal sehen ob mir der schalter jetzt von hier aus irgendwas gebracht hat komm sterbt komm hier komm einfach drauf drück einfach irgendwas oh oh so genau so genau mach einfach irgendwas zack 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 palms und palm und ich mache die ganze zeit selbst jetzt obwohl ich ja sowieso nie laden werde außer locker glaube ich war das glaube ich war das ist ein level hoch außer wenn es dann erst meine x abkackt also von daher könnte ich mir glaube ich auch verzeihren lap 32 wow mit tonic aber ich will mich erstmal aufladen gehen wieder hier bei denen wir müssen uns erstmal wieder aufladen gehen hier bei denen im aeros dome so und weiter und weiter und weiter und hoch und rechts aufladen gehen da ... Zwischen den Ruinen, glaube ich. Beyond God and Evil war doch, glaube ich, zwischen gut und böse, oder? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Oh, hat er mich reingeloggt. Hohohoho. Attack. Oh, geht ja einfach. Teile die denn da rum, haben die nichts in dem Lagerdinges da. Enter, komm, komm, komm Pono- Fireball! Ja jetzt alle auf ein. Einer für alle und alle für ein. Einer für alle und alle auf ein. 200 Gold und ein Tonne weg. Oh, mein Gott. Was kommt nun? Ach, da kommen noch mehr von denen. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hm. Los, komm, Krono, du darfst auch noch, musst auch noch. Los, Mann. Krono, ja. Fireroll. Pam, 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 pam. Zack, zack. Und jetzt rauf auf die Leute. Mali ist schon wieder am Arsch. Von Energie her, egal. Zack, rauf da, rauf da, rauf da. Pam, 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 pam. Bam, 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 bam Level hoch gestiegen. Ja, was ist's nur hier mit dem Ding? Okay, wenn ich da nach rechts will, dann kommen die wieder. Ist mir jetzt auch schon logisch, ist mir jetzt auch schon klar. Und mit dem Ding kann ich dann auch nicht irgendwie was machen oder was. Keine Ahnung, ich gucke mal. Und die halbe Stunde ist gleich oben. Übrigens, wie ihr vielleicht gemerkt habt, bei Mystery of the Seven Odds, in dem einen Part, wurden drei Minuten Kommentare rausgeschnüppelt. Da hab ich dann einfach mal einen Nintendo Core, Megaman im Nintendo Core Style eingefügt. Ich hatte Super Mario im Nintendo Core Style leider gerade nicht zur Verfügung. Aber er ist glaube ich mal auch nicht so schlimm. Denn Megaman habe ich ja sowieso schon gespielt und werde ich auch noch die ganzen anderen Teile spielen. Und ja, wird doch toll. Und zack, hau rauf da. Bombs. So, so, so. Jetzt nochmal. Save. Und ich werde danach auch dann nicht wieder safe. Und wenn hier wieder irgendwelche Gegner kommen, dann lade ich. Nö, ich habe keinen Plan. Gehe ich mal wieder zurück. Hier noch irgendwas. Nö. Nö, so geht es auch nicht lang. Und... 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 Ne, hier war ich ja eben drin. Da habe ich dann auch nichts gefunden. Zero Access. So, hier mich schnell aufladen und dann am Break reinsetzen. Zip. 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 Aufladen. Ab zum Safe Point. Und... Break. Okay. Na, hat automatisch. trapped. Vielen Dank.